Ja, willkommen zum ersten Video einer kurzen Serie, in der ich Fragen für die Facharztprüfung Psychiatrie und Psychotherapie aufnehmen möchte. Es ist ja so, die Facharztprüfung Psychiatrie und Psychotherapie ist eine ziemlich unübersichtliche Sache. Man hat fünf Jahre lang in der Klinik gearbeitet, ein Jahr Neurologie gemacht, vier Jahre Psychiatrie gemacht und dann soll man in einer halben Stunde geprüft werden, ob man denn nun Facharzt werden darf oder nicht. Ich möchte deswegen diese Serie folgendermaßen aufbauen. Zuerst erzähle ich euch in diesem Video ein bisschen, wie die Facharztprüfung abläuft. Dann möchte ich eine Reihe von Videos machen, wo typische Fragen von mir gestellt und auch gleich beantwortet werden. Und am Schluss möchte ich eine Facharztprüfung mal mit einer Prüfungskandidatin durchspielen. Fangen wir also an, wie läuft so eine Prüfung ab? Also ich selbst habe selber die Facharztprüfung natürlich einmal abgelegt und ich arbeite auch als Prüfer bei der Ärztekammer Nordrhein für Facharztprüfungen und beobachte deswegen eine ganze Reihe von Facharztprüfungen aus Sicht des Prüfers. Ich kann natürlich nur sagen, wie es in der Ärztekammer Nordrhein abläuft, aber ich vermute, dass es bundesweit ziemlich ähnlich aussieht. Wie läuft die Prüfung ab? Nun, ihr wisst ja, welche Unterlagen ihr vorbereiten müsst, um euch zur Prüfung anzumelden. Das ist zum einen das Logbuch, in dem ihr aufgeschrieben habt, an welchen Weiterbildungsstätten ihr die Weiterbildung gemacht habt und wo ihr gegenwärtig seid. Das sind die sieben Gutachten, die ihr mitbringen müsst. Außerdem braucht ihr ein Zeugnis, in dem attestiert ist, dass ihr die persönlichen Voraussetzungen erfüllt, Facharzt zu werden. Die Prüfer werden etwa sechs Prüfungen pro Halbtag haben. Das heißt, sie gucken sich die Unterlagen normalerweise vorher nicht sehr genau an. Kurz bevor ihr in den Raum kommt, werden sich die Unterlagen angucken und die meisten bleiben am ersten Blatt hängen und sehen, in welchen Kliniken ihr gearbeitet habt und wo ihr aktuell arbeitet. Es ist dann so, es gibt einen Vorsitzenden, der ist üblicherweise schon pensioniert oder emeritiert und muss nicht Psychiater sein. Der guckt, dass die Prüfung korrekt abläuft und dann gibt es zwei Fachprüfer. Das heißt, ihr sitzt drei Leuten gegenüber, aber nur zwei davon stellen eigentlich Fragen. Wenn ihr reinkommt, werdet ihr meistens vom Vorsitzenden reingebeten, höflich begrüßt und die Fachprüfer stellen sich auch kurz namentlich vor. Ihr setzt euch dann hin und dann werdet ihr vom Vorsitzenden gefragt, ob ihr euch gesundheitlich in der Lage fühlt, an der Prüfung teilzunehmen. Die Frage müsst ihr mit Ja beantworten, sonst geht es gleich wieder raus. Wenn ihr diese erste Frage schon mal richtig beantwortet habt, ist es so, dass einer der Fachprüfer die sieben Gutachten nimmt, in der Regel jedenfalls wird so aufgeteilt und der andere Fachprüfer anfängt zu fragen. Der, der die Gutachten hat, blättert die dann durch und guckt sich ein Gutachten raus, dass er sich genauer anguckt. Der produziert also ein bisschen Unruhe in dieser Zeit und er wird euch in der zweiten Hälfte der Prüfung wahrscheinlich dann etwas zu diesem Gutachten fragen, dass er sich rausgesucht hat. Der erste Fachprüfer fängt dann eine Viertelstunde lang ungefähr Fragen zu stellen. Da kann der zweite Fachprüfer natürlich was dazu fragen, muss er aber nicht. Meistens wechselt man sich nur einmal ab und macht da keine Dreiergesprächsrunde draus. Die Fragen fangen oft mit einer Frage an, die als leicht oder für euch angenehm gilt, damit der Prüfling überhaupt erstmal so ein bisschen in die Prüfungssituation reinkommt. Das heißt, der erste Prüfer wird gucken, wo ihr gegenwärtig arbeitet und sucht sich wahrscheinlich ein Gebiet raus, mit dem ihr euch auskennt. Also wenn ihr gerade in der Suchtambulanz arbeitet, kann es gut sein, dass ihr eine Frage zur Methadonsubstitution kriegt. Und wenn ihr gerade auf einer Station für affektive Störungen arbeitet, kann es gut sein, dass ihr eine relativ leichte Frage zu Depressionen kriegt. Ihr solltet euch also überlegen, wo arbeitet ihr gegenwärtig und was könnte sich ein gutmütiger Prüfer überlegen, was eine gute Einstiegsfrage wäre. Und auf diese Frage, da gibt es vielleicht dann so zwei, drei Fragen, die wirklich als einfach zu erkennen sind, solltet ihr euch gut vorbereiten, denn die Wahrscheinlichkeit, dass die kommt, ist nicht so niedrig. Überhaupt gibt es eine Reihe von Einstiegsfragen, etwa zur Depression, zur Angststörung, zur Schizophrenie, die mit so einer hohen Wahrscheinlichkeit drankommen, dass ihr auf ein paar einfache Fragen gut vorbereitet sein solltet. Und im Laufe dieser Serie möchte ich auch diese einfachen Fragen zu einem Teil jedenfalls durchgehen. Nach ungefähr einer Viertelstunde ist dann Wechsel und dann werdet ihr mit Sicherheit zu einem der Gutachten gefragt. Naja, nicht mit Sicherheit, manche Prüfer machen das auch nicht, aber es bietet sich an, jetzt zu einem der Gutachten zumindest ein paar Minuten zu sprechen. Das heißt, ihr müsst eure sieben Gutachten ziemlich gut kennen, denn der Gutachter oder der zweite Prüfer wird dann sagen, naja, ich habe mir jetzt das Betreuungsgutachten hier von 1997 rausgesucht. Können Sie noch mal kurz den Fall schildern? Und dann müssen Sie schon den Fall darstellen können. Und dann wird da vielleicht Fragen dazu stellen. Zum Beispiel, hier haben Sie sich für einen Einwilligungsvorbehalt ausgesprochen. Was sind denn die Voraussetzungen des Einwilligungsvorbehaltes? Und welche waren genau in diesem Fall auch erfüllt? Das heißt, es reicht nicht, sieben Gutachten zu machen, sondern ihr müsst sie auch begründen können. Und üblicherweise versucht der Gutachter auch eins der diskussionswürdigen Gutachten rauszufinden. Also möglicherweise eins, wo er eine Schwachstelle zu finden vermeint hat. Die Diskussion über die Gutachten muss aber dann nicht eine Viertelstunde laufen. Es kann gut sein, dass das nur so fünf Minuten sind und er dann auch wieder zu einem anderen Thema wechselt. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass dann auch der Detailreichtum der Fragen und Antworten steigt und auch die Schwierigkeit steigt ein bisschen mit der Zeit, damit man sich einen Eindruck davon verschaffen kann, wie gut der Prüfling denn nun ist. Das Ganze soll ein kollegiales Gespräch sein. Das heißt, das ist nicht dazu da, euch fertig zu machen. Es soll aber schon prüfen, ob ihr die Voraussetzung erfüllt, Facharzt zu sein. Das heißt, während des Gesprächs machen sich die Fachprüfer und auch der Vorsitzende ein Bild davon, ob ihr die wichtigsten Grundlagen der Psychiatrie so gut verstanden habt, dass man euch als Fachärzte auf die Menschheit loslassen kann. Oder ob basale Kenntnisse fehlen, sodass man nochmal sagt, da muss nochmal nachgelernt werden. Die Prüfer sind ein bisschen unterschiedlich darin, ab wann sie der Meinung sind, dass jemand die Facharztprüfung nicht bestanden haben sollte. Es gibt aber so einen Konsens, dass wenn ein großes wichtiges Thema oder eine große wichtige Kenntnis nicht da ist und auch das Gesamtbild nahelegt, dass das jetzt kein Ausreißer ist, sondern dass insgesamt die Kenntnisse zu schwach sind, dass man dann auch die Prüfung nicht bestanden haben wird. Ich kann nicht sagen, wie viel Prozent der Prüflinge in der Facharztprüfung Psychiatrie und Psychotherapie durchfallen. Ich glaube, dass das eher im Bereich 10 Prozent oder sogar darunter liegt. Es liegt aber auch über fünf Prozent. Also vielleicht liegt es bei zehn Prozent, vielleicht bei 15 Prozent. Ich weiß es nicht genau. Aber man kann schon auch durchfallen. Das muss man ja ehrlich sagen. Am Ende der Prüfung werdet ihr dann gebeten, kurz den Raum zu verlassen. Dann beraten sich die Fachprüfer und der Vorsitzende. Dann werdet ihr wieder reingebeten und dann wird euch entweder die Urkunde direkt ausgehändigt und ihr habt bestanden. Herzlichen Glückwunsch dann. Oder es wird gesagt, warum ihr nicht bestanden habt und dass ihr nicht bestanden habt. Und dann wird eine Sperrfrist mitgeteilt. Das sind meistens drei oder sechs Monate. Eine Zeit, in der ihr nochmal lernen sollt. Und dann könnt ihr euch auch wieder zur Facharztprüfung anmelden. So sieht es ungefähr aus. Das ist ungefähr der Ablauf. So wisst ihr schon mal ungefähr, was auf euch zukommt. Und zu den einzelnen Fragen, die so kommen können oder zu ein paar beispielhaften Fragen, die so gestellt werden könnten, geht es in den folgenden Videos. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018